Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von CARREX Reisemobiltechnik hier aus Kastrop-Rauxel. Wir haben hier einen Phönix. Das Fahrzeug ist flatschneu. Wir haben im Sommer schon mit dem Kunden über dieses Projekt gesprochen, bevor das Fahrzeug schon gekauft und bestellt und an den Kunden übergeben worden ist. Da haben wir viele, viele Details mit dem Kunden besprochen, wie dieses Fahrzeug im Endeffekt aussehen soll. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Anfragen in der Richtung, dass Fahrzeuge, neu zu bestellende Fahrzeuge, mit uns zusammen konfiguriert werden. Das heißt, die Kunden kommen zu uns, haben eine Vorstellung, wie das neue Fahrzeug ausgestattet sein soll und kennen auch unsere Einbauqualität und meinen dann natürlich auch berechtigterweise, dass wir vielleicht einige Sachen ein bisschen besser machen können, als es ab Werk ausgeliefert wird. Bei dem Fahrzeug war es so, der kam jetzt hier mit zweimal 340 Amperestunden Lithium-Batterien, Super B. Die waren hier vorne drin von dem Wassertank. Die haben wir rausgenommen. Den Platz werden wir dem Kunden jetzt wieder so herrichten, dass er das als zusätzliches Staufach nutzen kann. Und dann haben wir ihn hier in das Seitenfach, wirklich auf Spax, wie man so schön sagt, saugend wird jetzt der Schreiner sagen, viermal 300 Amper Lithium eingebaut. Also insgesamt 1200 Amper Lithium auf so einem kleinen Bauraum. Ja, auch dieser Kunde möchte lange, lange Zeit in seinem Fahrzeug verweilen, hat das Fahrzeug mit uns zusammen konfiguriert. Eine Waschmaschine war jetzt für das Fahrzeug leider nicht lieferbar von Phoenix, zumindest nicht so in der Form. Da haben wir jetzt die Tiny Wash eingebaut. Die ist schon soweit drin. Die Abkastung ist noch nicht ganz fertig. Das machen wir jetzt im Anschluss noch. Dann können wir mal kurz auf diese Seite hier gehen. Da kann ich euch zeigen, dass wir hier auf der Seite auch einiges schon umgebaut haben. Wir zeigen euch ja eigentlich immer fertige Autos. Jetzt zeigen wir euch mal ein Fahrzeug, was halt noch nicht ganz fertig ist. So, MultiPlus von Phoenix, von Victron ist ja schon drin, der 3000er. Das haben wir dann hier in der Form ein bisschen umgeändert, dass wir hier nochmal zwei Orion XS50 Amper Ladebooster eingebaut haben. Hier haben wir nochmal eben die Starthilfe eingebaut. Der kriegt von uns also auch das Zerbo-System. Dann sind die Jungs jetzt hier zugegangen, dass wir auf der Seite unser Zerbo haben. Daneben haben wir den GX-Tank 140. Und wenn du jetzt hier mal von hier aus leuchtest, von da aus, guck mal, da sitzt auch eine ganze Batterie an Solarregeln und und und. Das heißt, wir optimieren den Umbau natürlich auch so, dass hier die Platzverhältnisse im Fahrzeug auch bestehen bleiben, dass also auch dieses Staufach bleibt. Drüben mit den Batterien haben wir natürlich einen Teil des Staufaches weggenommen. Da führt er aber auf der anderen Seite hier, in dem Bereich, hat er natürlich den Platz wieder dazubekommen. Dieser Platz, da kann man natürlich auch was, da machen wir eine schöne Abkastung vor, dass er das auf und zu machen kann. Und dann kann er auch über dieses Fach, hier kommt also nochmal ein Boden drauf, wo die Kabel sind. Und dann kann er auch hinten, das machen wir auch nochmal zu, das seht ihr alles dann, wenn es final dann fertig ist. Und dann kann der Kunde auch über dieses Fach natürlich wunderbar verfügen. Hier machen wir auch nochmal, das wird alles noch vernünftig verkleidet. Da kommt noch die Haube drauf, das ist noch nicht ganz fertig. Dann sieht das aus wie ab Werk. Ja, was wir auch noch sehr gut machen, hört sich immer so blöd an, wenn man so wie Eigenlob, aber schau mal, geh mal von der Seite einmal hoch, ich geh von der Seite einmal hoch. Dann kann ich euch einmal zeigen, wie wir das zum Beispiel mit den Solaranlagen gehandhabt haben. Klar haben wir auch einige Platten hier auf Lager, aber wir passen sowas immer dem Fahrzeug optimal an. Wenn man jetzt hier mal guckt, hier sind vorne zweimal 160 Watt Peak, diese großen Platten haben 205 Watt Peak, da sitzt noch eine 165er und das sind hier vorne 100 Watt Peak Platten, diese schmalen. Also wir nutzen schon hier die Platzverhältnisse optimal aus. Und das macht leider, leider macht es das Werk nicht. Das Werk nimmt, ja kann man ja mal drüber halten, schau mal hier drüben, guck mal. Was das für ein Auto ist, guck mal, wie viel Platz dazwischen ist, zwischen den Platten, wie viel Platz du da hinten noch hast, bei der letzten Platte. Die nehmen einfach zwei Platten aus dem Regal, gucken, wo passen die am besten hin und dann werden die draufgesetzt. Es baut keiner so wie wir hier, wirklich Stoß an Stoß hier, dass man wirklich die Platzverhältnisse optimal ausnutzt. Das macht keiner. Das ist jetzt final hier noch nicht fertig, das ist vorgeklebt, das wird hier noch weiter versiegelt. Das seht ihr alles dann im Nachgang, wenn das Fahrzeug fertig ist. Aber wir haben jetzt hier 3 mal 205 Watt Peak, 3 mal 165 Watt Peak und 1, 2, 3, 4, 4 mal 100 Watt Peak. Ich weiß gar nicht, was das in Summe sind. Ich glaube, irgendwo knapp über 1,5 kW haben wir aktuell hier auf diesem Phönix-Dach bekommen. In Verbindung dann auch noch mit der großen Klimaanlage. Max-Fan ist drin, der kriegt noch eine große 5G-Antenne da unten hier. Was ihr da siehst hier mit den gelben Dings, das ist also allein schon das Schild, wo es dann draufkommt. Hat hier oben noch zwei Antennen, da konnten wir also auch nichts hinbauen. Hat hier oben nochmal ein großes Häki, hinten nochmal ein großes Häki. Also das Dach ist schon gut voll. Und trotzdem kriege ich hier eben halt dadurch, dass ich meine Platten optimieren kann, zur Not bestelle ich das. Also die Platten sind alle ausschließlich von Wattstunden, die wir haben. Deshalb haben wir da auch keine Probleme, wenn wir irgendwas brauchen, wo wir sagen, hier wird nur eine Platte oder wir können das hier mit denen und ihren Platten bauen und wir haben die nicht da. Die meisten Fahrzeuge kommen im Vorfeld immer einmal zu uns und dann nehmen wir ein Aufmaß. Oder die Kunden sagen, komm, ihr habt die Zeit, wir lassen einfach eine Woche mal länger stehen. Dann bestellen wir halt die entsprechenden Platten, ja, sodass wir halt hier oben diese Flächen optimal ausnutzen können. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir hier auch überall uns noch Gehwege und Gehflächen freigemacht haben, dass wenn man irgendwie eine Klimaanlagenrevision anstehen sollte oder man müsste an das Max-Fan dran oder an irgendein anderes Häki, dass man hier noch überall ohne Probleme drankommt. Ja, ich wollte euch das einmal zeigen. Guck mal, die Nähte und so, die sind hier schon soweit final fertig. Wie schön, dass alles geworden ist. Schwarze Halter, schwarze Nähte. So, dann kann ich euch auch einmal an einem anderen Fahrzeug hier zeigen, dass wir die Fahrzeuge auch nicht immer pickepacke vollpacken, sondern wirklich bedarfsgerecht. Hier haben wir zum Beispiel einen Kunden, der hat von uns in seinem Fahrzeug jetzt die AGM-Batterien, die stehen hier, dreimal 170 Watt, äh, Peek, wollte ich sagen, Amperestunden, haben wir ausgebaut. Und dafür hat er jetzt von uns zweimal 300 Ampere Lithium-Line-Tron bekommen. Aber wir haben ihm die Option schon soweit vorbereitet, sieht man auch hier, ja, an dem Halter alleine schon, dass wir hier jederzeit noch eine weitere 300er nachrüsten können. Dann hat er nämlich 900 Amperestunden Lithium. Jetzt haben wir eingebaut 600, aber er hätte die Option dann auf nochmal eine weitere Lithium-Batterie. So, der hat von uns noch das Rollerträgersystem bekommen, der hat von uns noch eine 5G-Antenne bekommen und jetzt haben wir nochmal hier den Laptop hier dran, müssen das Masterboard-System noch einmal einstellen, dass wir hier sagen, AGMs sind raus, dafür sind Lithium drin, den Shunt einstellen, dass er auch die Batterien bis auf 10% kann man einstellen, dass er den ganz leer fährt. Das ist also auch eigentlich kurz vor der Fertigstellung. Ja, dann haben wir hier ein Euramobil, muss ich mal gucken, dass ich euch nichts Falsches sage. Ja, ein Euramobil, auch ein sehr schönes Fahrzeug, sehr wertiges Fahrzeug, finde ich schön, machen wir sehr viele von. Der kriegt von uns also auch einen 3000er Multiplus und der kriegt von uns 3x200 Ampere Lintron Lithium-Batterien und noch ein paar kleinlich kalten Kühlschrank-Lüfter und solche Sachen halt. Dann haben wir hinten schon hier den Dummy stehen, hier kommt also der Wechselrichter hin, der hat jetzt hier schon den Trennschalter betätigt, das heißt, hier ist kein Strom mehr, aber wir haben hier Strom, schau mal hier, den werden wir dem Kunden so hier hinbauen, der passt optimal hier hin. Auch das Holz hier hinten, was hier ist, ist wirklich 1,5 Zentimeter, also 15 Millimeter stark und so wird das dann hier sitzen. Der hat ja ausreichend Luft, das stört hier auch nicht drin, ist der optimale Platz für den Wechselrichter und die Batterien, die kommen, kann man jetzt von mir aus schlecht zeigen, im Innenraum in diese Ecke, da passt die also wunderbar hin. Da bauen wir eben dann jetzt nochmal die 600 Ampere Lintron Lithium-Batterien rein. So, das von uns. Ja, wenn auch ihr ein neues Fahrzeug habt, was ihr euch bestellen möchtet, wo ihr nicht genau wisst, was nehme ich ab Werk, was lasse ich mir vielleicht im Nachgang nochmal zubauen, könnt ihr gerne mit eurer Planung zu uns kommen, wir unterstützen euch, ist alles unverbindlich und dann können wir das Fahrzeug uns einmal zusammen angucken, machen mal so eine kleine Bedarfsanalyse, dann können wir mal gucken, ob ihr wirklich so viel Lithium braucht, ob ihr so viel Solar braucht und so weiter und so fort. In dem Sinne, abonniert unseren Kanal. Genau, wir haben einen neuen Service, wir haben mit German Television zusammen jetzt hier auch eine Kooperation, dass wir im Auftrag von German Television Verkaufsvideos hier bei uns erstellen können. Das heißt, wenn euer Fahrzeug immer mal zum Verkauf anstehen sollte, könnt ihr uns gerne anrufen oder direkt German Television anrufen, das könnt ihr auch direkt in Saarbrücken machen oder hier bei uns, kein Problem, dann machen wir hier für euch ein extra dieses Verkaufsvideo, dass euer Fahrzeug verkauft wird und das wird dann über German Television, über den Sven dann auch ausgestrahlt. So, jetzt aber, wenn ihr unseren Kanal abonniert, freue ich mich, den Link dafür findet ihr unten, dann passt auf euch auf, ich wünsche euch alles Gute, euer Kareksteam.